Hallo, ich bin's wieder, euer Eseli. Wir sind auf dem Jakobsweg im Vogtland und irgendwo da vorne ist Bayern. Jetzt zeige ich euch mal was hier, was es hier gibt. Guckt mal da, eine Versammlung von Schmetterlingen. Was machen die denn da? Oh, jetzt fliegen sie alle weg. Die haben sich versammelt. Vielleicht wollen die auch nach Santiago pilgern, so wie wir. Jo, uns geht's soweit gut. Wir verlassen jetzt also bald Bayern. Hier war mal irgendwo die deutsch-deutsche Grenze. Jetzt ist keine mehr da. Jetzt kann man hier langlaufen. Wie schön. Stimm's, Martin? Ja, das stimmt. Ja, nur, aber du hast ja noch jetzt ein paar Tage Schule und dann hast du Ferien. Genauso wie Konrad und der Samuel. Ich hoffe, euch geht's alle gut. Euch geht's allen gut. Auch den Großen. Ich sag mal Tschüss, der Eseli und auch vom Martin. Tschüss.